In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, auf sein Geld zu achten und bewusste finanzielle Entscheidungen zu treffen. Auch bei der Zahnpflege kann man bares Geld sparen, wenn man alternative Magdlichkeiten in Betracht zieht. In diesem Video vergleichen wir die Kosten F.A. in Viertel er zahnarztliche Behandlungen in der Thain Viertlakei und in Europa und zeigen auf, wie man durch eine Behandlung im Ausland Geld sparen kann. Zahnarztkosten sind in Europa oft sehr hoch, vor allem in Ländern wie Deutschland, der Schweiz oder A. Stärreich. Viele Menschen scheuen daher den Gang zum Zahnarzt und vernachlässigen ihre Zahnpflege, was langfristig zu ernsthaften Problemen F.A. in Viertel rennen kann. In der Thain Viertlakei hingegen sind die Kosten F.A. in Viertel er zahnarztliche Behandlungen deutlich geringer, bei einer eigentlich hohen Qualität der medizinischen Versorgung. Ein Großteil der Thain Viertlakei hat eine Ausbildung im Ausland absolut wird und ist auf dem neuesten Stand der Technik. Viele Zahnkliniken in der Thain Viertlakei sind modern ausgestattet und entsprechen internationalen Standards. Zudem sprechen viele Zahnerärzte fliehend Deutsch oder Englisch, sodass die Wersterendigung mit den Patienten problemlos ist. Ein weiterer Vorteil einer zahnarztlichen Behandlung in der Thain Viertlakei ist die kurze Wartezeit. Termine kann in oft kurzfristig vereinbart werden und die Behandlungen werden Thain Viertelgig durch Gefahr 1 Viertel HRT, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu 1 Viertl SN. Dies ist besonders F.A. in Viertel er Patienten mit akuten Zahnschmerzen oder dringenden Behandlungsbedarf von Vorteil. Vergleicht man die Kosten F.A. in Viertel er zahnarztliche Behandlungen in der Thain Viertlakei und in Europa, zeigt sich ein deutlicher Preisunterschied. Wurzelbehandlungen, Zahnimplantate und astetische Behandlungen sind in der Thain Viertlakei oft um ein Vielfaches gar ein Viertel enstiger als in Europa. Dies ärmer glicht es vielen Patienten, die notwendigen Behandlungen durch F.A. in Viertel rennen zu lassen, ohne ihr Budget zu strapazieren. Ein Beispiel, eine Zahnimplantation in Deutschland kann leicht mehrere Tausend Euro kosten, während man in der Thain Viertlakei F.A. in Viertel er dasselbe Verfahren oft nur die HLFT bezahlt. Auch andere zahnarztliche Behandlungen sind in der Thain Viertlakei deutlich gar ein Viertel enstiger, sodass man durch eine Behandlung im Ausland viel Geld sparen kann. Na Thain Viertlerlich ist es wichtig, bei der Wahl einer Zahnklinik im Ausland auf Qualität und Seriosität zu achten. Es empfiehlt sich, im Vorfeld Recherchen anzustellen und Referenzen einzuholen, um sicherzustellen, dass man in guten HDM ist. Viele Zahnkliniken in der Thain Viertlakei bieten kostenlose Erstberatungen an, bei denen man sich A1 Viertel BER die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten informieren und einen Kostenvoranschlag einholen kann. Zusammenfassend La SST sich sagen, dass man durch eine zahnarztliche Behandlung in der Thain Viertlakei viel Geld sparen kann, ohne auf Qualität und Service verzichten zum A1 Viertel SM. Die niedrigeren Kosten F.A1 Viertel der zahnarztliche Behandlungen ärmer glichen es vielen Menschen, die notwendigen Behandlungen durch für ein Viertel rennen zu lassen, ohne ihr Budget zu belasten. Mit einer sorgfaltigen Recherche und der Wahl einer Seria Sen Zahnklinik steht einem Kostengarein Viertelinstiegen und erfolgreichen Zahnarztbesuch in der Thain Viertlakei nichts im Wege. Recherche und訂閱 Recherche und Recherche